Und apropos Weihnachtsgeschenk. Weihnachten steht ja vor der Tür. Und neben dem Schmücken von Baum, Wohnung und Co. schmücken ja viele auch sich selbst sozusagen. Zum Beispiel mit solchen schönen Weihnachtspullis hier. Da sind wir schon beim Thema, ist das schick oder eher grausig? Das ist ja immer so Geschmackssache. Falls Sie aber noch auf der Suche sind nach einem ganz speziellen Weihnachtspulli. Wir hätten da jetzt das eine oder andere Angebot für Sie. Und ich sage mal so, man muss es wirklich mit Stolz tragen können.